Guten Morgen aus dem Quest Club. Montagmorgen Lift & Push mit Cardio. Wie kann man die Woche besser beginnen? Mir fällt nichts ein. Deswegen sind wir hier und freuen uns voll, mit euch ein kleines Workout rauszuhauen. Vielleicht habt ihr jetzt schon Bock. Meine Montagmorgen-Pump-Truppe müsste eigentlich auf der Matte stehen. Nicht, dass ihr rauskommt aus dem Rhythmus. Equipment habt ihr vielleicht schon vorbereitet, wenn ihr eins habt. Ansonsten habt ihr jetzt getestet, was ihr am besten verwendet. Nach so vielen Monaten müsste man im Flow sein. Voll im Flow. Und so bleibt es auch, egal was kommt. Ein bisschen Platz braucht ihr auch. Wir machen Mini-Cardio-Teile rein. Für jeder Mann und Frau machbar. Wenn ihr das gar nicht machen wollt, zieht einfach noch eine Runde mit dem Gewicht durch. Mit der Handel, mit den freien Gewichten. Wenn ihr Cardio-Gegner seid. Aber das Workout beinhaltet sowieso Cardio. Wir machen Kraftausdauer. Also es bleibt nicht aus, dass der Puls hochgeht. Und das soll er, weil wir wollen Fett verbrennen. Das ist das Ziel. Stoffwechsel. Stoffwechsel, ankurbeln, raus mit dem Fett, Muskelmasse aufbauen. Das haben wir vor. Und deswegen starten wir gleich. Machen wir uns warm. Uns und euch. Mit leichtem Gewicht auf der Stange. Und ich würde sagen, ihr nehmt auf. Mit gebeugten Knien und geraben Rücken. Daumenlänge zum Oberschenkel greifen. Spannt euren Bauch jetzt an bis zum Ende der Stunde. Zieht die Schultern hoch und zurück. Und los. Wer errät, wie es losgeht. Darfst du. Du darfst. Heute ist voll Montag. Montag. Montagsmusik. Ihr könnt schon mal ein bisschen shaken. Ihr könnt die Schultern kreisen. Einfach mal kreisen. Könnt schon mal einen Deadlift machen. Schaut mal zu den Knien. Wieder hoch. Einen Upright Row. Wer braucht denn hier Musik? Ist das toll? Ja. Kipp aus der Hüfte nach vorne. Lass den Bauch fest. Oh yeah. So fresh. Noch ein Schulterkreis. Tutu Deadlift. Gleich in den Upright Row nach oben. I can't take it. Bleib da. Down, down, up, up. Zur Brust. Und wieder tief. Kipp aus der Hüfte nach vorne. Lass die Brust stolz. Bauch ist fest. Komm mal schneller. Single Deadlift. Single High Pull. Down. Lift. Du kannst dich auf die Zehenspitzen stellen. Du musst aber nicht. Option ist der klassische Upright Row. hoch. Bleib dabei. Wir rudern. Beugt die Knie. Ein Row. Ein High Pull. Up and Down. Da können wir zwei machen. Das passt besser. Single Row. Und zwei High Pull. Hoch und tief. Hoch. Bleibt hier. Beugt die Knie. Zum Bauch. Zurück. Und zieht. Up. Down. Wir machen es einmal mehr. Und dann. Langsame Clean and Presses würde ich sagen. Stange langsam hoch. Setz um. Push vor den Körper. Fang wieder ab. Und setz um. Wichtig ist, du machst es alles mit angespannten Bauchmuskeln. Rest nach oben. Bisschen Speed. Here we go. Singles. Zwei Squats. Pro Clean and Press. So machen wir die Beine auch schon warm. Bring die Ellbogen unter die Stange. Und danach halten wir oben. Und gehen in Single Squats. Let's go. Stell dich ein bisschen breiter. Knie Richtung zweiter, dritter Zeh. Ellbogen unter die Stange. Popo zurück und tief. Fantastisch. Bremst mal ab. Super slow. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aktiviere jetzt schon mal alle Muskeln, die du fürs Workout brauchst. Krieg ein Gefühl für die Bewegungen. Und dann im Einbein zurück. Langsamer Lunge. Vier. Drei. Zwei. Eins. Langsam wieder hoch. Langer Schritt zurück. Hinteres Knie geht Richtung Boden. Vorderes Knie bleibt über dem Fußgelenk. Gibt uns Singles. Acht. Sieben. Bring die Beckenknochen zu uns nach vorne. Und lass den Bauch fest. Wir wechseln gleich das Bein. Single Lunge. Andere Seite. Wir drehen es diesmal um. Geh sauber tief, sauber hoch. Ich freu mich. Bremst ab. Super slow. Vier. Drei. Zwei. Eins. Mein Puls geht schon hoch. Warm wird mir auch. Geht schnell. Sehr gut. Das kann nur Lift und Push. Schritt ran. Single Squat. Uh. Ganz spontan. Popo tief. Drück dich aus dem ganzen Fuß hoch. Lass die Knie soft, wenn du oben bist. Und dann stell dich enger. Setz die Stange um. Lass dir Zeit dafür. Komm wieder in Position. Deadlift. Zwei. Zwei. Sauber nach vorne kippen. Mit der Power aus dem Rücken hochziehen. Drei. Eins. Tief. 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 Und hoch. So. Kleine Kombi zum Schluss. Und dann denke ich, wir können starten. Deadlift. High Pull. Singers. Upright Roll zum Start. Und wenn du dann startklar bist, schießst du auf die Zehen. Komm. Mach nur eine Ruderzug draus. Beug die Knie. Zieh zum Bauch. High Pull. Zwei Mal. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Zwei Stück. Und dann roll deine Schultern. Leg die Stange ab. Und bau gegebenenfalls um ein bisschen mehr Gewicht für die Brustmuskulatur. Wir werden uns hinlegen. Und werden dann auch ein bisschen mit dem eigenen Körper arbeiten. Kleine Scheibe mehr drauf. Oder Aufwärmgewicht verdoppeln. Dein Brustgewicht. Einfach jetzt eventuell ein bisschen mehr als das, was du zum Aufwärmen verwendest. Wenn du hast, einen Step. Wenn nicht, legst du dich auf den Boden. Das geht genauso. Richten wir uns aus. Mal schauen, wie wir uns wieder herrichten. Wie ist es am besten so? Andersrum. So. So. Das ist mir zu schwierig. So. Ach, perfekt. Ein V wahrscheinlich. Wollen wir noch mal so gut? Räumliches Denken. So. Ihr greift die Stange ganz außen. Ich überlege jetzt gerade. Lege ich mich mit den Füßen so oder so? Wie seht ihr mich am besten? Füße da lang. Heute ist wirklich Montag. So ein Montag. Aber sonst haben wir keine Probleme. Sonst haben wir keine Sorgen. Sonst ist alles gut. Greift die Stange ganz außen. Nehmt auf. Legt euch ab. Ganzer Oberkörper. Auf dem Step ablegen. Bauch anspannen. Stange hoch. Chest press. Tier two. Tief. Tief. Hoch. Handgelenke gerade. Schulterblätter ziehst du Richtung Step. Ellbogen stoppen auf der Stepkante oder wenn du den Boden berührst. Drop and hold. Schnell tief. Tief halten. Langsam hoch. Unten einfrieren. Wenn du eine Faust Platz hast zwischen Brust und Stange. Hold me now. Einer noch. Und allerletzte. Ich warte auf die Musik und dann kriegt ihr von mir. Singles. Ihr könnt die ersten easy machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid noch nicht perfekt aufgewärmt. Wenn ihr euch gut fühlt, geht den ganzen Range. Ellbogen, Schulter, eine Linie auf höhere Stepkante. Vier Polzes. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. No more T. Flatter. Zwei mal mehr. Oben warten. Super slow. Vier. Drei. Zwei. Eins. Langsam hoch. Jetzt mach's nochmal. Und dann gehen wir easy, easy in die Runde zwei. Tief, tief, hoch, hoch. Öffne und schließ die Brust. Atme aus, wenn du die Stange hoch schiebst. Mach alles kraftvoll. Tempo switch. Down and hold. Tief. Halt. Langsam hoch. Wenn du oben bist, hast du immer noch einen kleinen Winkel in deinem Ellbogen. Der Arm wird nicht ganz gestreckt hier. Single time. Komm. Da geht der Beat. Und da gehen wir. Noch vier. Drei. Zwei. Drei Polzes unten. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Wir haben festgestellt, drei ist besser als vier. Und schon passt's mit der Musik. Yes. Einer noch. Wir ziehen die Bremse. Super slow down. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jetzt will ich. Ein bisschen Ermüdung auf den Muskeln. Das heißt, wir bleiben hier ein kleines bisschen länger. Zwei Wiederholungen mehr. Komm schon. Vier. Drei. Zwei. Eins. Langsam hoch. Schieb aus der Brust. Jetzt wird's. Der letzte. Wir haben jetzt ein Single Push-Up zur Mitte. Dann Walk. Hand. Hand. Push-Up. Walk. Walk. Down. Up. Walk. 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 Du siehst, du kannst alles gestreckt machen. Du kannst alles auf den Knien machen. Schau über deinen Step. Sing Team. Das ist so ein bisschen schon der Cardio-Teil für die Brust. Ja? Sehr gut. Singles in der Mitte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Hin und bisschen was. Juhu. Triple Pulse. Unter. Oh yeah. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Yes it is. Zwei mehr. Und einer. Einmal super. Slow. Komm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Push hoch. Und allerletzter. Geht immer. Komm, komm. Juhu. Dann Jump in und steh auf. Hop. Step back. Rückengewicht. Kann selbes Gewicht sein wie bei der Brust. Muss nicht sein. Ob ihr abbaut, ob ihr aufbaut. Liegt euch überlassen. Ja? Wir ändern nichts. Wir lassen alles so, wie es ist. Kreis die Schultern. Ihr braucht kein freies Gewicht. Deadlift. Zwei, zwei. Gleichmäßig wieder hoch. Down. Down. Single Row. Yes. Knie. Bauchnabel. Knie. Setz. Und wenn du ruderst, such den Bauchnabel ganz bewusst. Berühr ihn mit der Stange. Bring die Ellbogen nach hinten. Bau Spannung auf im Oberkörper. Triple Row. Down. Go. Schau. Schau zwei, drei Meter vor dir in den Fußboden. Lass den Hals gerade. Nochmal so. Hey. Clean and Press. Von hier. Nur einer. Push hoch. Und rudere jetzt mit uns. Folgt die Knie zum Bauch. Zurück. Und hoch. Drop. Push. Stange bleibt. Eng am Oberkörper. Und dann bringst du die Ellbogen unter die Stange. Shoot. Push. Single Row. Nochmal. Set Nummer zwei. Deadlift. Two, two. Let's fly. Zieh die Schulterblätter zusammen. Baut euch vor uns auf. Auch wenn wir euch nicht sehen können. Die stolze Lift-and-Push-Position. Das A und O. Drei, eins. Tief, tief, tief und hoch. Achte mal drauf, dass du die Schultern nicht nach hinten reißt, wenn du hochziehst. Letztes Mal. Single Row down. Down. Beug die Knie. Yes. Boom, boom, boom. I want you in my living room. Kennt ihr das noch? Triple Row down. Down. Drei. Like, wer es noch kennt. Sagt man, glaube ich. One more. Drei. Zwei. Ich möchte nach oben. Hoch hinaus. Klingelt. Rudert. Oder nicht. Such es dir aus. Du kannst rudern oder du lässt es weg. Let's go. No, komm, 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 boom. Option bei der Sandra. Mit dem Row. Ja, ich muss ein bisschen Muskeln aufbauen. Auf geht's. Ich lass den Row weg. Nein, ihr macht es so, wie ihr es braucht. Dein Workout. Dein Weg. Two to go. Noch einer. Noch einer. Stopp hier. Schulterkreis. Leg die Stange beiseite. Schnaub durch. Hör mir zu. Und trink einen Schluck. Wir machen einen kleinen Kicker. Zwei simple Übungen. Und zwar sind es ein Burpee mit Jump oder ohne und dann eine Scheibe oder auch nicht Squat Press mit Waden heben. Guten Morgen. Wir haben eine Minute Zeit um acht Burpees zu machen und danach acht Squat und Press. Machst du keinen Burpee bleibst du oben. Du kannst Lunches machen. Du kannst Squats machen. Du musst nicht in den Burpee gehen. So. Die letzten zehn Sekunden von der Minute kriegen wir ein Zeichen und da gibt es eine Überraschung. Und wir machen drei Runden von dem. Every Minute on the Minute. Habt ihr alles, was ihr braucht? Okay. Acht Burpees und geht raus. Ja. Squat Jumps. Squat Press meine ich, ja. Zähl für dich auf acht. Ja. Beug dich stehen. Letztes Mal, wenn du acht hast, nimmst du deine Scheibe und gehst in die Squat Press mit dem Lift. Beug dich stehen. Schnee, schieb nach oben. Mit Press oder nicht. So. Wenn du die acht gemacht hast, hast du Pause. Nutz dein Recovery. Okay. Wenn der Gong kickt und die letzten zehn Sekunden kommen, nimmst du deine Scheibe oder du lässt sie weg. Du sinkst tief und du hältst hier für zehn Sekunden. Ab jetzt. Go. Go. Schieb die Knie und die Zehen nach außen. Eine Linie mit der Scheibe zur Brust. Hogen tief. Es geht ohne Pause weiter mit dem Burpees. Drop. Go. Acht. Jump. So im Burpee. Du beugst deine Knie. Du spannst den Bauch an. Du gehst in einer Linie nach hinten. Schiebst das Gewicht vor zu deiner Schulter. Lass den Sprung weg, wenn du das Gefühl hast, dass es zu viel ist. Und hebst ab, wenn wieder Power da ist. Bist du fertig mit deinen Acht zur Scheibe und Squat Press. Die ist schon wieder so schnell. Come. Schieb vor den Körper. Oh. Setz dich hoch. Fünf. Sechs. Sieben. Recovery kommt. Jetzt sink. Halte hier. Für zehn Sekunden schmeiß die Scheibe weg, wenn es nicht mehr geht. Es kommt schon dein letzter Block. Vorbei. Burpee. Oh yeah. Acht. Oh, es geht weiter. Final Eight. Woo. Drift away. Erinnere dich. Alles zählt. Du kannst den Burpee auch gehen. Aber bleib nicht stehen. Mach irgendwas, ja. Hör nicht auf. Nicht, dass du es später bereichst. Squat Press, wenn du fertig bist. Ja. Stopp. Acht. Kick up für den Ticker. Denk an die extra Recovery, wenn du vor den 50 Sekunden fertig bist. Yeah. Verschnaub. Und wir warten und wir warten auf unsere Zeichen. Letzten Zeh. Stopp. Halte hier. Halte hier. Wenn nicht auf. Freeze. Go, go, go. 4, 3, 2, 1. Trinkt was. Yes. Schnauft. Und lauscht. Das war gut. Ja. Jetzt bin ich wach. Monday Morning. Was gibt's Schöneres? Nächste große Muskelgruppe. This one. This one. Eure größten Muskeln. Höchstes Gewicht. Heißes für uns. Ja. Ich würde sagen, wir vertragen die Handel erstmal. Wenn ihr freie Gewichte habt, entweder hier, hier, wie es euch besser taugt. Auflegen. Auflegen. Und dann seid gespannt, was uns so einfällt. Die Schöne ist, ich weiß es vorher auch nicht. Füße etwas weiter als Hüftbreit. Zehenspitzen leicht nach außen. Und dann Kömmer. Kömmer. Oder? Kömmer. Wir starten. Super slow. Down. Super slow up. Nochmal. Brustkorb. Öffnen. Zieh die Schulterblätter zurück. Nochmal. Bauchnabel nach innen. Let's go. Two, two. We're gonna fly. Push die Knie leicht nach außen. Richtung zweiter, dritter, zehn. Und ihr kommt. Jetzt kommt. Singles. Go team. Lift and pusher. Popo bis auf Kniehöhe. Da kommen viele Singles, wie sich das anhört. Ja. Spiel uns in die Karten. Viele Singles. Viele Wiederholungen. Muskel wird müde. Darauf ziehen wir ab. Triple push. Stay low. And up. Wenn du hochgehst, Popo zusammen zwicken. Aktivieren. Vier mehr. Come on. Stay. Hey, Leute. Bresst schon. Wahnsinn. Two and two. Wie tief gehst du? Stolz die Brust. Schulterblätter aktivieren. Wir ziehen nach hinten. Drop and stop. Hold. Komm, halt am tiefsten Punkt. Halte aus. Wichtigste Phase hier unten. Nochmal. Super slow. Down. Low. Low, 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 low. Hey, hallo. Wie geht's euch da draußen? Zwei mehr. Komm, 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 komm. Hoppala. Ach so. Ach, zwei mehr. Noch zwei. Entschuldigung. Die Franzi will. Die will weiter. Two and two. Jetzt ab. Komm an. Wir fliegen nochmal. Fliegt ihr mit uns? Eine Runde noch. Ja. Let's do this. Singles. 16 waren's, oder? Ja. 16 große Singles. Schau, was du hinkriegst. Wie tief kannst du gehen? Pohn zurück. Aktivier die Bauchmuskeln. Immer wieder. Nicht locker lassen. Vier Stück. Und was war dann? Was war? Yes. Pohnen. Getting real, baby. Triple. Drei. Bleib bei uns. Bleib bei uns. Nicht aufhören. Gleich gibt's eine kurze Pause. Vier mehr. Komm, komm. Go. Go. Zweimal noch. Zieh durch. Go. Quick. Last one. Stopp. Kurzer Shake. Straight into lunges. Wow. Wer möchte, leg die Handel ab. Es geht aber mit Gewicht. Dein linker Fuß geht zurück. Super slow. Ja. Hier Option bei der Prazi. Einzelne Scheibe. Einzelnes Gewicht. Come on. Slow. 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 One more. Brust hoch. Blick geradeaus. Bis zum Single. Here we go. Hier fliegen die Scheiben. Ja. I'm gonna fly. Push dein vorderes Knie leicht nach außen. Hinteres Knie gerade Richtung Boden. Halt dich aufrecht. Brust stolz. Komm hoch. Perfekt. Und wir bleiben im Muster. Triple Pulse. Es bieden sich an. Triple Pulse. Kannst du tiefer. Dein Workout. Probier's. Wenn nicht jetzt, dann probier's. Drei mal noch. Drei mal noch. Come on, come on. Zwei. Vor dem Bein wechseln. Ja, ich will den Bein wechseln. Slow. Mach mal gleich. Keine Pause hier. Oh Gott. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Zwei mehr. Richte dich auf. Richte dich auf. Blick nach vorne. Auf dein Bildschirm. Wo siehst du uns? Wo bist du gerade? Musik geht weiter. Two and two. Yes. Warte. Oh yeah. Show you a little bit of love. Drop and stop. Down. And up. Come on. Shake my hand. Jetzt nicht. Brust öffnen. Ihr seid noch da. Seht noch da, ja. Singles. Go. Mir ist der Spaß vergangen. Nein. Nein. Wir haben Spaß. 16 große. Komm. Habt ihr Spaß? Yeah. Woohoo. Sack los. Ihr habt keinen Spaß. Das ist das Sichtigste. Und auch hier. Was kommt? Pause. Und Feuer. Drei. Come on. Lift up. Drop down. Und singen. Für den Spaß. Viermal mehr. Bleibt bei uns. Das Brennen ist ganz normal. Das Ziel. Das Ziel des Workouts. Ja. So, stopp. Kurzer Shake. Eine letzte Runde. Eine Kombi. Füße etwas weiter. Breiter Squat mit Lunges. Two and two. Linker Fuß zurück. 2-2 Lunge. Squat. Kriegen wir das Singles hin? Ja. Ja. Na los. Launch. Squat. Wenn dir die Hand zu viel wird, so wie es mir gerade geht, leg sie ab. Ich ziehe jetzt durch. Siehst du? Das kann man switchen. Ja. Für die Fitness. Beine zentralen. Ist egal. Ziel erreicht. Bleib in der Kombi. Bleib. Noch vier. Drei. Drei. Zwei. Last one. Weg mit dem Gewicht. Schaff dir Platz. Leg ab. Bisschen beiseite räumen. Und fang an, ganz locker zu bouncen. Bouncen. Easy bounce. Atme. Weil es ist nicht so, dass du den Puls jetzt hoch treiben musst. Der ist schon hoch. Ja. Fahrrad zu Skatern. Easy Skater. Oder ein sehr dynamischer Step Touch. Dynamic Step Touch. Sieht gut aus. Du kannst den Boden ein bisschen verlassen. Ich möchte gerne eine Kombi. Zwei Skaters. Three Step Rock. Ja. Ja. Auf geht's. Rüber. Eins, zwei, drei. Skate. Rüber. Genau. Je nachdem, wie viel Platz du hast, machst du das kleiner. Machst du das low. Oder du machst eine Runde Squats noch mit der Handel. Ich glaube, darauf hat keiner mehr Wort. Kein. Eine Runde mehr. Komm. Beug deine Knie. Sink dir tiefer. Komm. So, die letzten. Single Squat. Tief. Tief. Was werden wir machen? Was willst du machen? Kleine Squat Jobs. Squat Jobs. Ja, wir fangen mal an, die Fersen zu heben. Hier. Drück dich hoch. Und dann ist es nicht mehr weit. Bis zu einem kleinen. Jump. Jump. Komm mal. Komm. Hoch und lande tief. Popo geht wieder. Bist auf Kniehöhe. Oh ja. Merkst du was? Merkst du. Let's go. Halt durch. Halt durch. Die letzten hier. Vier. Drei. Zwo. Und es war's. Easy. Shake. Atmen. Das sind wirklich nur kurze Einheiten. Okay. Kleiner Kicker. Jetzt hast du Zeit, umzubauen. Für die Oberarme. Trizeps. Bizeps. Wir fangen mit dem Bizeps an. Oder? Kleines Gewicht. Warm-up-Gewicht. Dein kleinster Muskel. Leichtestes Gewicht jetzt. Oh ja. Oh ja. Hört uns atmen. Geht was. Kurz davor, mich auszuziehen. Möchtest du? Ja, aber ist egal. Es war nicht zu erwarten. Wir sind zu warm angezogen. Okay. Genau hier wollte ich sein, um diese Zeit. Das ist gut. Kreiß die Schultern. Freie Gewichte gehen ganz genau so. Two-two Bizeps Curl. Auf zwei. Mach die Arme lang. Und deine Elbogen bleiben am Oberkörper. Schau dir das an. Ich bin ganz gequält. Du hast wieder Spaß, oder? Show me love, Franzi. Here we go. Don't stop. Wir ziehen hoch, halten. Open hold. Dein Oberkörper ist still. Probiere, nicht zu wippen, nicht zu schwanken. Ganz still halten. Singles? Singles. Let's go. Come on. Tempo gehört dazu. Versuch das Tempo zu halten. Schnell kramt. Ohne Schwung. Ohne Schwung. Zweihalbe. Half Range. Half Range, aber ganz nach unten. Bauchnabelhöhe. Und die Oberschenkel antippen. Einmal noch. Aktive Erholung. Rudern. Go. Yes. Easy roll. Beug deine Beine. Atmen. Erhol dich kurz. Ich liebe den Beat. Weiß wahr? YouTube Curl. Das war's schon. Mit Pause. Beine sind leicht gebeugt. Es ist erlaubt. Lenk mich grad ab. Yeah. Das ist gut. Up and hold. Up. Wenn du das hinkriegst mit Beinarbeit, dann gerne. Halt die Set Position. Bauchmuskeln. Schulterblätter zurück. Singles. Here we go. Up. Go. Full Range. Wir möchten, dass du die Arme immer wieder streckst. Auch wenn es ein langer Weg ist. Tu es. Zwei halbe. Halbe. Und ganz nach unten. Komm. Zieh durch. Ich möchte heute drei Runden Bizeps machen. Welch begeistert? Ja, nein. Bin ich schon da. Achso. Wir rudern. Komm. Sehr dank. Verpass nicht deine Erholung. Vier Ruderzüge reiten uns. Muskeln kurz entspannen. Letzte Runde. Two in two. Go. Brust raus. Zieh deine Schulterblätter nochmal nach hinten. Schultern weg von den Ohren. Keine Verspannung in dem Nackenbereich. Open hold. Hold. Hast du noch Kraft? Du hast noch Kraft. Ja, das ist alles nur im Kopf. Die Kraft ist da. Erzähl, dass mein Bizeps fängt. Ja, Jules. Go. Go. Bleib bei uns. Es ist die letzte Runde. Halt durch. Kleine Quellerei muss auch sein. Ja. Zwei halbe. 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 Wenn ihr aufgepasst habt. Wisst ihr. Das war's dann. Ja. Das war's. Kreis deine Schultern. Leg dein Gewicht beiseite. Wir hängen hinten an. Trizeps. Du brauchst eine etwas größere, eine etwas kleinere Scheibe. Du sollst keine Dips machen, oder wie? Hast du Hass-Mails bekommen? Dips. Dips sind meine Lieblingsübungen. Aber irgendwie ist durchgesickert, das mag nicht jeder. Aber die machen uns besser. Why not? Wisst ihr, was ihr haben könnt? Trizeps-Push-Ups. Ob das besser ist? Ihr kriegt Trizeps-Push-Ups. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit den Push-Ups an. Ich probiere das vielleicht mal von der Seite zu zeigen. Das geht auch ohne Step hier. Braucht ihr nicht unbedingt. Nur hier habt ihr die richtige Griffbreite, wenn ihr unsicher seid. Ja? Wir starten gleich. Ja. Dass es nicht kühl wird hier. Trizeps-Push-Up auf zwei. Leg die Ellbogen an deine Rippen. Optional bringst du beide Unterarme auf den Boden oder auf Step. Halt die Ellbogen eng. Drop and stop. Hold. Wer macht das gestreckt? Niemand, oder? Die Maschine hier zu meiner Linke. Zwei oder drei. Könnt ihr mal gestreckt machen, oder? Singles. Komm mal. Oh, jetzt wird's los. Oh, er ist richtig. Ei, ei, ei. What a mix. Was sagt ihr zur Musik? Da gehen gleich noch acht, oder? Acht Push-Ups. Ja, und dann packe ich wieder an. Genau, man kann auch wechseln. Ja, kurz in die Optionen. Und wenn es dir wieder gut geht, reißt du wieder an. Aber du bist durch. Setze dich gerne auf deinen Step. Größere Scheibe von beiden. Overhead. Kreuz die Beine. Two-two overhead. Deine Scheibe geht hinter den Kopf. Da verschwindet sie. Und taugt wieder auf. Schultern weg von den Ohren. Kopf hoch. Drop and stop. Down and hold. Brust öffnen. Komm. Versuch die Schultern tief zu lassen. Das ist schwer, aber du schaffst es. One more. Single Tempo. Running away. Ready. Go. Wie geht es dir, Franzi? Woohoo. Hier die gern noch. Zwei halbe. Right now. Mitte. Tief und hoch. Oberkörper still. Sieht sehr gut aus von der Seite hier. Ja? Ja. Wirklich. So, Leute. Letzte Runde Singles. Komm. Singles. Jetzt wird es schwer. Aber genau zu diesem Punkt wollen wir euch führen. Wo es hart ist. Wo es zäh wird. Vier mal zwei halbe. Und dann seid ihr hier durch. Komm. Halt die Ellbogen eng. Oberarme zu den Ohren. Bleibt mit uns. Letztes Mal. Bevor die Scheibe runterfällt. Kleinere Scheibe. Kickbacks. Sucht ihr eine Seite aus. Das hier. Kann man hier sein. Auf zwei. Hast du Platz? Ja, ja. Ellbogen hoch. Und wenn es zu hart ist, könnt ihr den Ellbogen nicht oben halten. So wie ich. Aber ich probiere es. Two, two. Versucht den Oberarm nicht mitzubewegen. Nach vorne hier. Bis eigentlich maximal in den 90 Grad Winkel. Schultern parallel. Single. Ja. Go. Zieh durch. Seht ihr mein Gesicht? Anstrengend. Die letzten hier. Two and two. Eine Runde. Franzi? Ja. Du warst schlauer. Leichtere Scheibe, ja. Kleiner Winkel. Kleines Gewicht. Ist sehr schlau. Acht Singles. Let's go. Komm. Don't run away. Zieh durch. Oh, ich hab morgen Muskeln harte. Spür ich jetzt schon. Das Mond. Zeitenwechsel. In Position. Leicht vor mit dem Oberkörper. Ellbogen hoch. Two. Oh ja. Bleib im Two-Two. Versucht den Oberarm in Position zu halten. Nach vorne ein bisschen bremsen. Nicht hier bis zur Schulter schwingen. Singles. Singles. Oh, ich seh mich hier im Spiegel. Und? Gefällt's dir? Ah, ich schneidige Massen. Two, two. Letzte Runde. Two. Zieh durch. Wenn du kannst, streck den Arm. Wenn es noch geht, streck den Arm. Oberkörper, bleib still. Acht Singles. Schaffst du. Locker. La Fiesta. Ayayayay. Vier. Drei. Zwo. Das war's. Wuhu. Oh yeah. Brauch ich den heute noch. Hey Leute. Schafft euch ein wenig Platz. Ich bin am Überlegen. Nein, wir machen jetzt die Schulter. Und dann machen wir einen Bauch-Cardio-Teil. Und dann sind wir fertig. Entschuldigung. Kleine Scheiben. Kurzen Schulter-Teil, weil ich weiß, dass eure Arme müde sind. Ich hatte noch nie keine Muschika danach. Das ist gut. Hüften-Push. Füße, Hüftbreit. Kreis die Schultern. Brust raus. Upright. Upright. Two, two. Ganz easy. Arme oberkörper. Mit deinem Gewicht. Mit deinen Scheiben. Da ist er auch. Vielleicht motiviert euch der Song zum Schluss raus, ja. So, wir gehen in eine Side-Race. Two, two. Bleib in dem Tempo. Führe mit deinen Ellbogen bis auf Schulterhöhe. Popo ist fest. Nutz die Zeit. Singles, here we go. Oh yeah. Yeah, I'm living life. Woo. MC Prezzy is back. Front-Race. Two, two. Front-Race. Komm hoch. Scheiben bis auf Schulterhöhe. Ohne Schwung. Ohne Schwung. Ein Side-Race. Ein Front-Race. Two, two. Front-Race. Mach die Arme lang. Come on. Du kannst auch beim Side-Race die Arme schrecken. Singles. Front and Side. Beine leicht beugen. Arbeite mit dem Unterkörper mit. Nutz deine Zeit. Booty-Legs. And Core. Weiter. Wow. No sleep now. No sleep. Come on. Zieh durch. Zieh durch. Yes. Kreis die Schultern. Stop. No sleep. Beug jetzt keine Beine. Oberkörper leicht vor. Einmal so. Zwei, zwei. Delta-Rare. Bleist. Streck die Arme. Yes. Das ist erlaubt. Standing rear. Auf Schulterhöhe. Schluss. Singles. Halt die Position. Pumotiv und zurück. Starker Bauch. Kopf. Arme gehen raus. Wir fliegen. Two and two. Zieh durch. Letzte Übung hier. Schaffst du, wenn es nicht mehr geht. Es ist erlaubt, ganz kurz hier mal zu pausieren. Und wieder einzusteigen. Bleib im Tempo. Komm. Popo tiefer. Trainiere. Deinen unteren Rücken. Deinen Bauch. Singer. Go team. Hold on. Killer. Entschuldigung. Die letzte Nacht. Go. Wie geht's dir? Bestand. I'm letting it pushen. Drei. Zwo. Und stopp. Wow. Ich weiß, was morgen weht. Gebe ich dir beiseite. Trinken. So. Was haben wir versprochen? Bauch. Cardio. Cardio. Ja. Zagen wir mal Core. Hover. Nein, fangen wir mit der Plank an. Okay. Plank. Was bietet sich an? Ja. Ich will's gar nicht wissen. Aha. Oh, das passt. Wir marschieren. Mountain Schreiber. Schieb dein Gewicht nach vorne. Über die Hände. Und natürlich kannst du noch mal Gas geben. Stichwort Cardio. Haben wir Bock? Oh, sie hat Bock. Greif an. Lauf. Lauf. Wenn du kannst. Lauf. Komm. Bis zum Ende des Tracks. Halt durch. Oh ja. Kurz. Pausieren. Komm in einen Hummer. Setz die Ellbogen auf. Setz die Zehen auf. Halte. Find deine Position. Option auf Knien. Popo bis auf Schulterhöhe. Ja. Tap out. Wenn du Lust hast. Wenn's nicht geht, halte den Hover. Ja. Blick auf die Hände. Wer nochmal Cardio will. Check your Feet. Bitte sehr. Auch mal nehm, oder? Oh. Du kannst auch vier Tabs machen. Vier Jacks. Probier mal. Vier. Drei. Und vier Jacks. Mach mal noch einmal. Vier Tabs. Vier Jacks. Ein letztes Mal. Komm. Zieh durch. Es macht dich nur fitter. Stopp her. Knie ab. Wir drehen uns aus den Rücken. Rückenlage. Jetzt wird's gemütlich. Passt. Stell die Füße auf. Crunches. Auf zwei. Zieh dich hoch. Ellbogen nach außen. Blick zwischen deine Knie. Atme aus, wenn du hochziehst. Open Hose. Halte. Jawohl. Summer Love. Wo ist er? Ja, wäre gut. Summer Wanted. Bald. Also denk an ein Sixpack. Zieh Crunch. Hoch. Wenn du magst, nimm die Beine mit. Crunch dich zusammen. Zieh deine Brust Richtung Oberschenkel. Wunderschön. Da gehen noch acht. Gerne auch. Arme nach vorne. Nennst du dir lieber es. Zieh. Crunch. Ohne Schwung. Kraft hast du in deinem Bauch. Sehr schön. Wir halten oben. Lieblingsübung. Drücken. Bisschen Druck aufbauen. Auch die Oberschenkel. Gegen die Hände. Und Hände gegen Oberschenkel. Ja, ja, ja. Wie hoch kommst du mit deinem Oberkörper? Wie lange kannst du das halten? Halten. Halten. Huh. Schön. Dann stell die Füße ab. Popo hoch. Wenn du Lust hast, verschränk die Finger hier am Boden. Und jetzt Popo. Untere Rücken. Oberschenkel, Rückseite. Kleine Bewegungen. Mit der Hüfte. Ja. Push hoch. Es darf nur ein bisschen ziehen. Zwicken im Popo. Müssen wir noch bearbeiten. Ja. Wir nehmen ein Bein. Ein Bein. Schau. Beugen. Strecken. Beugen. Und ab. Andere Seite. Streck die Zehen. Was wichtig ist. Dass dein Popo umbleibt. Nicht runterfallen hier. Wenn du kannst. Noch höher. Ja. Aber halt die Höhe. Korrigiere dich immer wieder. Sehr, sehr gut. Und. Komm, komm. Vier mehr. Vier Stück. Drei. Zwei. So, Leute. Eine allerletzte Übung. Popo ablegen. Knie über die Hüfte. Ellbogen nach außen. Bis zum Ende. Cross-Crawl. Twisted. Gerne mit Tap. Bis zum Schluss. Ziehen wir durch. Oder? Okay. Das war's hier. Stopp. Komm hoch. Wie das bei uns immer so ist. Wir nutzen jede Sekunde. Jede Sekunde. Und lassen euch den Cooldown zur freien Gestaltung. Ja. Wir haben dafür unser Workout wirklich voll ausgenutzt. Wir hoffen, euch taugt's. Wie immer gerne kommentieren, kritisieren. Haut eure Meinung raus. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Genau, sagt es uns. Es ist unsere Motivation hier. Ja. Also. Einfach schreiben. Liken. Lasst was hören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja. Es war schön. Und auf den Muskelkater morgen. Oh ja. Ich habe ihn schon während dem Workout gespürt. Ja. Macht uns nur fitter. Was ihr immer denken. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Schöne Woche. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Ciao.